Wildgänse Wildgänse. Seit Jahrtausenden bewundern und nutzen Menschen ihre Herbst- und Winterzüge. Ihre Brutgebiete liegen oft im hohen Norden, von Spitzbergen bis Sibirien. An den Küsten und großen Flussläufen Mitteleuropas überwintern sie. Wie ihre Besätze weitgerecht, also tierschutzkonform und nachhaltig genutzt werden, zeigen wir im Folgenden. Waffen, Munition, Optik, Tarnanzüge und das Know-how sind wichtige Komponenten für diese Jagd. Fertigmachen, schießen! Vangen festino, COVID-19 spät, 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 Sonst hatte ich esthättig. Plökt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020